Moin moin, es ist lange her, seit es das letzte Mal News dieser Art gab, aber es ist mal wieder so weit, es gab eine große Bannwelle in Diablo 4. Und ich muss sagen, wenn ich sowas lese, dann freue ich mich immer erstmal ein bisschen, weil es ja bei solchen Bannwellen in der Regel auch Leute trifft, die irgendwelchen Mist gebaut haben, nicht einfach ganz normal vor sich hin gespielt haben. Auch wenn dann immer wieder Topics kommen von Leuten, die sagen, hey, ich war unschuldig, ich habe gar nichts gemacht, aber auch selbst diese Topics sind in der Regel dann doch von schuldigen Leuten. Ich weiß aber, bei Blizzard-Bannwellen ist es tatsächlich manchmal so, dass auch Unschuldige gebannt werden. Wenn es euch getroffen hat und ihr komplett unschuldig wart, dann tut es mir leid und dann hoffe ich, dass der Support euch helfen kann. Aber worum ging es jetzt eigentlich in dieser Bannwelle? Wer wurde denn gebannt? Es gab ein Reddit-Topic und zwar dieses hier. Und das hat sehr detailliert beschrieben, wann die Bannwelle stattgefunden hat. Und zwar 9.24 Uhr PM EDT und es war eine Bannwelle für einen populären Diablo 4 Bot. Ich frage mich natürlich, wie der Typ das so genau weiß, denn ich habe sowas nicht mitbekommen. Also wo muss man sich rumtreiben, um halt von so einer Bannwelle wirklich mitzubekommen? Ich würde auch sagen, naja gut, müssen wir nicht drüber reden, woher er das weiß, aber okay, es geht erstmal um das Topic an sich. Und er sagt auch noch hier, er wird jetzt den Namen nicht teilen von dem Bot und er wird bestimmt auch in ein paar Tagen wieder undetected sein. Also so, dass er wieder nicht mehr auffliegt und bla bla bla. Aber die Frage ist ja, was hat dieser Bot eigentlich gemacht? Das ist hier auch direkt die zweite Antwort. Und ich war mir auch relativ sicher, in meinem Stream habe ich auch letztens erst darüber geredet, da ich ja den Markt beobachte, den Handelsmarkt und Preise und so weiter. Und ich war mir auch sehr sicher, dass es nämlich sowas hier ist. Und zwar ein Bot, der Gold gefarmt hat in Unmengen. Und deswegen, schreibt er hier auch, sind Trillions in die Zirkulation gekommen, aber halt nur Gold. Und deswegen sind eben die Preise in Gold für Items unendlich gestiegen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, zum Beispiel hier, 40 Millionen für einen stügischen Stein habe ich gleich auch nochmal kontrolliert. Ich bin also auf die Handelsseite gegangen und es ist so. Also die angebotenen stügischen Steine sind alle mindestens 40 Millionen. Für einen Stein, ein einziger dieser Steine, 40 Millionen Gold. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil es viel schneller geht, so einen Stein zu farmen, als 40 Millionen Gold zu farmen. Gold farmen, wenn man wirklich das mit Hellheit und Flüsterbaum so ein bisschen kombiniert, da ist man bei 30, 40 Millionen pro Stunde. Viel schneller geht das nun mal nicht. Und deswegen ist das auch so sinnlos, dass die Goldpreise so krass durch die Decke gegangen sind. Und das lag natürlich an einem Bot. Ich habe auch schon überlegt, ob da vielleicht wieder Gold gedupet wurde. Sowas gab es mal in Season 2. Da wurden aber Bossmaterialien verdoppelt. Aber hier in dem Fall war es dann einfach nur eine massive Bot-Seuche. Und sehr witzig ist es natürlich auch immer, dann nach solchen Bannwellen mal ins Forum zu schauen. Und ein Kollege hat zum Beispiel gepostet, dass der Titel von dem Topic war, Blizzard hat gerade 40% gebannt. Im Text sagt er, you Blizzard people are too smart. You literally just banned. Und dann hat er 35% deiner Spielerbasis geschrieben. Und er selber hat dann gleich danach nochmal ein Topic gemacht. Innocent Ban, Blizz Kacks. Und da hat er reingeschrieben, dass die 45% der Accounts gebannt haben und er gerne den Grund wissen würde. Also der eine hat jetzt schon drei verschiedene Zahlen geschrieben. Fand ich sehr witzig. Und vor allem die Antwort, you seem mad. Ja, das ist immer ganz witzig. Aber leider gab es bei dieser Bannwelle jetzt nicht so viel Aufruhr im Forum. Also viel mehr konnte ich da diesmal nicht finden leider. Das heißt, die Gebannten sind erstmal still. Jetzt ist die Frage, wurde von euch jemand gebannt? Zu Unrecht? Oder vor allem, kennt ihr Leute aus eurer Friendlist, die auf einmal nicht mehr spielen? Sind die auf einmal inaktiv geworden von gestern auf heute? Dann könnte es vielleicht an dieser Bannwelle liegen. Ich möchte trotzdem in dem Video noch einmal generell über die Handelssituation reden. Denn darum geht es ja auch mit diesem ganzen, mit dem Botting. Für die, die das vielleicht nicht so verfolgen, ist das vielleicht ganz interessant. Denn es ist aktuell wirklich so gewesen, der offene Handel ist jetzt in Season 4 am Start. Und offener Handel ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe immer schon gesagt, hey, in D4 würde ich mir eigentlich wünschen, dass es keinen offenen Handel gibt. Weil ich weiß, dass die ganzen Probleme dann wieder kommen. Und kein Spielentwickler kann wirklich da irgendwas gegen machen. Es ist unmöglich, es wird immer Bots geben und so. Und in Diablo 4 gab es dann eben auch diesen offenen Handel seit Season 4, außer bei den Uber Uniques. Und erstmal muss ich sagen, hat es mir gut gefallen. Mit der Community hin und her handeln. Ich habe da natürlich aber diesen Vorteil, ich bin ein Streamer. Ich rede in meinem Stream-Code, sage hier, ich brauche das Item oder hier. Hier, ich habe ein Item, will das jemand? Da kann man super schnell handeln. Ich habe also den Vorteil, ich muss nicht diese blöden Handelsseiten nutzen. Die externen, auf die ich gar keinen Bock hatte. Also ich habe nicht einen einzigen Handel über die Seite durchgeführt. Diablo.trade heißt ja. Und das ist halt das Ding. Der offene Handel, schön und gut. Es gibt aber kein Auktionshaus im Spiel. Vermutlich vollkommen absichtlich. Weil die Leute sich sonst zu schnell Sachen einkaufen könnten. Und vor allem, weil dann solche Probleme wie diese hier alle Spieler beeinflussen. Deswegen haben sie offenen Handel aktiviert. Aber kümmern sich nicht weiter drum. Weil die meisten dann doch keinen Bock haben, auf externe Seiten zu gehen. Und die kriegen dann nicht mit, wenn der Handel und die Wirtschaft auf einmal voll im Arsch ist. Und wenn die Wirtschaft in der Season einmal im Arsch ist, dann kann man die auch nicht wieder fixen. Also auch die Bannwelle jetzt, die wird nichts mehr dran ändern. Und was ist denn genau passiert? Die Preise sind ja in einem ARPG, das ist immer schwankend. So ist es ganz normal im Verlauf einer Season. Weniger Spieler sind da. Also es gibt da immer Fluktuation. Aber in dieser Season war das nicht normal. Denn da war es so, dass die Preise, das ging nach ein paar Wochen los. Also am Anfang war das richtig cool, der Handelsmarkt. Ich habe immer so Preischecks auch gemacht. Ich habe den Leuten mal gesagt, so ja, was ich glaube, was das wert ist. Aber dann auf einmal schlagartig innerhalb von einer Woche sind wirklich die Preise in Gold absolut explodiert. Die Sachen, selbst halbwegs mittelgute Items, sind auf einmal schon Milliarden wert gewesen. Und das hat alles keinen Sinn mehr ergeben, weil dieses Gold eigentlich im Spiel einen Wert hat. Man hat nicht so viel Gold, einfach mal so. Man kann nicht viel Gold farben, man gibt das ständig aus beim Verzaubern. Und an diese Summ kommt kein normaler Spieler. Und das ist nämlich genau das Problem jetzt. Dadurch, dass die Preise so hoch sind, hast du nur eine Chance, überhaupt in den Markt einzusteigen. Und zwar, wenn du selbst irgendwelche guten Items findest, die du dann verhandeln kannst. Nur noch so kannst du den Einstieg finden. Und dann bekommst du erstmal dein initiales Gold. Aber selber Gold farben, da brauchst du gar nicht mit anfangen. Also zum Beispiel stückische Steine farben, die geben 40 Millionen, wäre dann viel besser, als einfach Gold zu farben. Und das ist vollkommen komisch. Also die Wirtschaft ergibt in dem Moment keinen Sinn mehr. Und die richtig guten Items, die sind über 100 Milliarden wert. 50 bis 100 Milliarden habe ich schon gesehen. Und das kann nur den einen Grund haben, dass Gold inflationär geworden ist, schlagartig durch eben Bots, die Unmengen an Gold farben. Und das Gold geht dann rein in die Wirtschaft. Denn würden die Bots auch Items farben, dann würde das nicht so ungleichmäßig explodieren. Dann würde es ja auch mehr Items geben. Mehr Gold und mehr Items, dann würden trotzdem die Preise halbwegs stabil bleiben. Dadurch, dass aber nur die Goldpreise komplett explodieren, war es halt eben relativ klar, dass zu viel Gold im Umlauf ist. Und das nicht aus normalen Quellen kommt, sondern von Bots. Also für mich war das relativ klar schon eine Weile. Und das nächste Problem ist eben dann Echtgeldhandel und Spambots im Spiel. Jedes Mal, wenn ich ein YouTube-Video drehe, sehe ich im Nachhinein, oh verdammt. In meinem YouTube-Video sieht man links unten den Chat und da sind schon wieder Spambots, die für Echtgeldseiten Werbung machen. Ich finde das eben absolut furchtbar, aber das ist anscheinend auch nicht zu verhindern für Blizzard. Und genau die Sachen kommen eben mit offenem Handel. Ich habe jetzt trotzdem nachgedacht, ist für mich der offene Handel jetzt trotzdem besser oder schlechter als vorher. Und für mich als Streamer, der eben diese Vorteile hat, für mich war es jetzt dann doch besser trotzdem, so wie es jetzt ist. Aber ich finde es auch nicht optimal, muss ich sagen. Und ich wette, viele von euch finden das dann sogar negativ, weil die nicht diesen Vorteil haben und mal eben in einem Stream handeln zu können. Und sobald man an diese komische Auktionshausseite, sobald man gezwungen ist, dort hinzugehen, um zu handeln, dann ist das einfach nur noch nervig. Es gibt natürlich immer noch die Option, gar nicht zu handeln. Und dann, klar, die meisten werden vermutlich gar nicht handeln. Und deswegen finde ich es auch insgesamt nicht so schlimm, dass es den Handel gibt, weil das eben nur eine kleine Gruppe beeinflusst, die auch wirklich handeln wollen. Und in Diablo 4 ist es zum Glück so, dass man auch ohne Handel sehr weit kommt. Nur eben, wenn man dann wirklich mal ein bisschen die hohen Pits pushen will, dann geht es nicht ohne Handel. Dann ist der Handel Pflicht. Nicht, weil die Items mit guten Greater Affixen, mit mehreren guten, an die kommst du nicht einfach mal so. Da musst du die ganze Zeit handeln und Gold vermehren, damit du irgendwann mal so richtig gutes Gear hast. Also solche Builds, wie zum Beispiel Rob und Co. vorstellen, die gehen nicht ohne Handel. Also wenn du Sachen einfach nur selber findest, wirst du niemals an so einen Punkt kommen. Das ist auf jeden Fall klar. Aber muss man eben auch mal erwähnen, weil viele Spieler, die die Videos schauen, die wissen das nicht, dass man nicht einfach an solche Items kommt. Das geht nur über Handel. Deswegen war das auch in Diablo 2 schon damals immer so, man konnte nur mit Handel so richtig zum Ziel kommen. Ja, auf jeden Fall gut, dass Blizzard eben Bannwellen vornimmt, aber wird jetzt nichts mehr ändern. Und mal gucken, wie es in Season 5 läuft. Man wird auf jeden Fall wieder mitkriegen, wenn dann die Wirtschaft im Arsch ist. Das geht immer relativ schnell. An der Stelle beende ich aber das Video. Ich wollte dich dann nur mal informieren und bin gespannt, ob ihr mir coole Erfahrungsberichte gebt, dass vielleicht der ein oder andere aus eurem Umfeld auf einmal verschwunden ist. Das fände ich sehr witzig. Okay, macht's gut. Das fände ich sehr witzig. Okay, macht's gut. Das fände ich sehr witzig.